Kann ich anfangen? Okay, hi! Wir sind, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Burgherzberg-Festival, bringen gerade noch die Nena weg, es ist mega schlammig dort und Riesenschlange und bis 12 Uhr, also heute ist Mittwoch, bis 12 Uhr, ist kein Einlass mit dem Auto möglich, habe ich das richtig gesagt und ja, der Rest kommt später. Bis dann, tschüss! So, wir sind jetzt angekommen, aber nicht auf dem Festivalgelände, sondern in der Nähe von der Burg, also unterhalb der Burg, eher gesagt. Bis jetzt sind wir hier noch ganz alleine. Du willst nicht drauf sein, ne? Ist egal, also Sascha baut gerade das Zelt auf. Ja, wir sind noch ganz alleine, ein Freund kommt gleich noch nach, der dann mit uns hier zelten wird. Ähm, ich weiß nicht, wir haben jetzt irgendwie, also für drei Personen mit Auto und so, 60 Euro bezahlt, das heißt für jeden, also für unseren Kumpel halt 30 Euro, für uns 30 Euro. Und, ähm, mal sehen, wie es noch wird, auf dem Festivalgelände ist es so mega matschig und die lassen den ganzen Tag heute niemanden mehr drauf, deswegen sind wir froh, dass wir hier, ähm, untergekommen sind. Was? Genau, wir bauen jetzt ein Zelt im Zelt. Der Sascha macht das jetzt. Der Sascha macht das jetzt. Der Sascha macht das jetzt. Noch ein wunderschöner Ausblick von hier oben zum Festivalgelände. Und zu unserem kleinen Festivalgelände. Badenbilirz! Auch schön rein! Also, das ist sehr wahrscheinlich nicht. Weshalb, deryintlettel ist für sie nicht nur so viele j nennt? Ich habe nicht Minnesota gestern. Die Frage ist, ob der Pupferd am Anfang auf 2. Kassen oder nicht, ist das auch ein Pupferd. Man kann es auch mal schön nach draußen hinweisen. In den Mattschießen. Ja, naja, und hier ist der Sturm. Habe ich auch gedacht, ist dick. Aber nein. Ist der schon vom Empfang schlecht? Naja, es ist aber noch LTE. Ja, wir haben Donnerstag. Der erste Tag. Applaus Der erste Tag. 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 Der zweite Tag. Der 3. Der erste Tag. Der erste Tag. Der erste Tag. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.